Moin, Servus Moin! Ey du Feuerwehr! Ganz leise sein! Ruuuuhhich! Eier! Ja Leute, habt ihr auch eine Feuerwehr bei euch zu Hause? Grüßt euch! Ich mach jetzt mal ein bisschen Licht an hier! Uuuuuh! Moin! Willkommen zu einem neuen Sweep-Video, Leute! Ja! Äh, meine Lieben, ne? Morgen kommt die neue Folge Frag-Tot! Uuuuuh! Oh mein Gott, ist der Bildschirm dreckig, muss ich mich wieder sauber an! Uuuuuh! Schon besser! Noch 5 Minuten, Leute! Dann kommt neue Folge, äh, noch 5 Minuten, ja, noch 5 Minuten zum Rendern! Morgen kommt die zweite Folge von Frag-Tot 2019, Leute! Ja, alle angucken! So sieht's aus hier! Ja, schön, ne? So sieht ein Video bei Pews aus! Bist du bescheid, ne? Ja! Und ich wollte noch was anderes Kurzes ansprechen, und zwar, ich hab mir die Kommentare vom letzten Video angeguckt, und... Joa, einige finden anscheinend, also, haben halt so geschrieben, sie finden so einen simplen Content cooler als Pews, joa! Kann man so machen! Gibt ja tatsächlich einige Kanäle, die dadurch relativ bekannt geworden sind, sagen wir mal, Beispiel Tanzverbot, oder... Ja, als Beispiel, das waren ja so, sind ja relativ, ähm, leicht produzierte Videos, genauso wie das hier, hallo! Ja, jetzt wollte ich noch was Kurzes ansprechen, und zwar... Einige von euch kennen ja bestimmt meinen, ähm, ähm, hier, wer ist denn überhaupt... Toadcast, Toadcast, genau, meinen Podcast-Kanal, und... Damals, als ich den erstellt habe, dachte ich mir so, ja, Bruder, so einen Toadcast, den... Den kannst du ja locker in einer Woche, also jede Woche produzieren, weil das ist ja eigentlich ganz schnell gemacht, und so... Und, nein, ist es nicht! Jedes Mal Nico oder jemand anders anzuschreiben, den Termin auszumachen, den zu talken, den zu schneiden, den zu hochladen... Es ist doch mehr Arbeit, als ich gedacht habe, und, naja... Man sieht's ja, bisher kam's nicht so oft, und... Was ich jetzt daraus schließe, ist es, man sollte sich eher auf zwei Kernsachen konzentrieren, und diese gut durchziehen, anstatt überall so ein bisschen zu arbeiten, und... Wisst ihr, ich hab mich da... Ich dachte, es geht schneller, und man kann's leichter produzieren, ich hab mich da ein bisschen übernommen, würde ich mal sagen, also, was heißt übernommen, aber... Ich dachte, ich schaffe es eher, als es jetzt eigentlich der Fall ist, aber... Es wird irgendwann wieder einen Podcast geben, ist ganz klar, aber erstmal sind die, ähm... P... die, 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 die... Alter, egal, 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 der Fokus liegt woanders, und zwar auf Pews... Und auf Sueb... Hallo Leute! Ja, morgen kommt die neue Frag-Tot-Folge, das wird wieder sehr, sehr schön, und, ja... Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend, ich darf jetzt noch ein bisschen Mathe machen... Geil! Und ich gucke heute mal wieder zum Fernsehen, ja, heute auf, nicht Werbung hier, heute auf Vox, gucke ich mir um 2015 an, Die Höhle der Löwen ist eine sehr interessante Serie, oder Sendung besser gesagt, wo es darum geht, Dass, ähm, ein Gründer eine Firma mit ihrem jeweiligen innovativen Produkt vorstellen, und dann eventuell Investoren finden, die da investieren, und dann die Firma und die... Und das Produkt groß rausbringen, ja... Ist sehr interessant, und das schaut man heute an, und, ja... Schönen Abend euch, wir sehen uns demnächst, und liken, ganz wichtig, schaffen wir die 500.000 Likes... Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, haut rein, ihr Totes!